Hallo ihr alle! Erziehung in Liebe und Konsequenz, das ist unser Thema. Herzlich willkommen dazu. Mein Name ist Alex Popp, bin verheiratet und Vater von sechs Kindern. Wisst ihr, wir werden für jegliche Art von Beschäftigung und Beruf ausgebildet. Wir werden angelernt, um dann auch später die entsprechende Tätigkeit auch gut durchführen zu können. Wir brauchen Weiterbildungen, wir brauchen Seminare, um nicht stehen zu bleiben, zum Beispiel in unserem Berufsleben. Aber in dem Bereich Erziehung wird man oft so hineingeschmissen und man schwimmt dann oft so hin und her. Man guckt sich vielleicht in anderen Familien das ab, was man auf jeden Fall nicht selber machen will. Ja, und so ist es gut, sich auch mal so ein Training anzuhören, wirklich auch hineinzubegeben und freigesetzt zu werden. Hier jetzt mit Teil 4. Wir hatten uns im letzten Teil Tipps angeguckt zum Regelnaufstellen. Und zwar Punkt 1. Klare Worte. Punkt 2. Taten statt zu vieler Worte. Punkt 3. Besonnenheit. Punkt 4. Liebe statt Nachgiebigkeit. Fünftens war der Punkt der altersgemäßen Forderung, die wir aufstellen sollen. Und wenn du jetzt an dieser Stelle merkst, ja du hast Regeln aufgestellt, aber trotzdem kommt es zu einem Fehlverhalten, dann möchte ich dir an dieser Stelle eine Checkliste vor Augen führen. Eine Checkliste bei Fehlverhalten deines Kindes. Also stell dir mal einige Fragen dazu. Erste Frage, habe ich mich richtig und klar genug ausgedrückt? Ja, also es ist ein Unterschied, ob ein Kind etwas vorsätzlich tut oder nicht tut oder weil es dich nicht richtig verstanden hat. Zweite Frage deiner Checkliste bei einem Fehlverhalten eines Kindes. Ist meine Forderung gerechtfertigt? Ja, oder bin ich zu kleinlich? Fehlt mir die nötige Flexibilität? Ja, also Engsternigkeit oder Prinzipienreiterei bewirken bei Kindern verständlicherweise eher negative Gegenreaktionen. Dritte Frage deiner Checkliste bei Fehlverhalten. Ist das Kind altersgemäß auch gefordert worden oder wurde es überfordert? Erwarte ich zu viel. Das passiert gerade jungen Eltern sehr häufig. Vor allen Dingen in den Bereichen Ordnung halten, still sitzen, mit zu helfen im Alltag. Ja, das sind so Fragen, um das ganze Revue passieren zu lassen. Eine weitere Frage. Gibt es körperliche Ursachen für das Fehlverhalten deines Kindes? Genauso wie du als Erwachsener nicht voll leistungsfähig bist, wenn du körperlich einfach nicht so ganz auf der Höhe bist. Ja, oder wenn du zu wenig Schlaf hattest. Genauso musst du das auch bei Kindern berücksichtigen. Fünfte und letzte Frage deiner Checkliste, die du so innerlich abarbeiten kannst, wenn es einfach dazu kam, dass dein Kind nicht das getan hat, was du eigentlich von ihm verlangt hast. Ist das Kind emotional ausgeglichen? Ja, fühlt dieses Kind sich geborgen, geliebt, angenommen, dann fällt es ihm natürlich auch viel leichter, sich einzupassen in das Familiengefüge. Okay, diese Checkliste einfach so mal im Hinterkopf zu behalten. Ich möchte an dieser Stelle mal auf die verschiedenen Arten von Konsequenzen zu sprechen kommen. Ja, es gibt verschiedene Arten von Konsequenzen. Die erste ist die natürliche. Die natürliche Konsequenz. Konsequenz heißt, es ist einfach eine natürliche Folge von einer Situation oder Reaktion. Also es ergibt sich etwas auf ganz logische Art und Weise. Zum Beispiel, wenn man im Regen stehen bleibt, dann wird man nass. Das ist eine natürliche Konsequenz, eine logische Schlussfolgerung. Ja, wenn Eltern bei solchen natürlichen Konsequenzen der Versuchung wirklich widerstehen, ihren Kindern hier aus der Patsche helfen zu wollen oder ihren Kindern zusätzlich zu der natürlichen Konsequenz dann auch noch eine Strafe aufzuerlegen. Also wenn Eltern darauf wirklich verzichten, dann lernen die Kinder auf ganz natürliche Art und Weise von ganz alleine. Zum Beispiel, wenn man nicht isst, ist die natürliche Konsequenz, dass man hungrig wird. Zwinge dein Kind nicht zum Essen. Wenn du deinen Teller nicht leer isst, dann bist du kein braves Kind. Oder wenn du dein Gemüse nicht aufisst, dann bist du sehr böse. Tu das nicht. Sag stattdessen ganz ruhig und ganz konsequent, wenn du nicht essen willst, dann hast du anscheinend keinen Hunger. Ja, du musst auch nicht essen. Heute Abend wird es dann die nächste Mahlzeit geben. Ganz einfach. Wir zwingen unser Kind nicht zum Essen. Wir unterstellen auch keine Boshaft in dem Verhalten des Kindes, also in dem nicht essen wollen. Das Essen wird kommentarlos und ohne Bitterkeit und ohne Vorwürfe abgeräumt. Das Kind spült auch keinen Widerstand mehr. Es fühlt sich nicht mehr herausgefordert. Die Spannung ist weggenommen worden. Der Machtkampf wird beigelegt. Und es gibt auch nichts zwischendurch. Die Eltern handeln einfach nur konsequent. Am Abend gibt es die nächste Mahlzeit. Kleiner Exkurs. Statt einfach dann die nächste Mahlzeit bis zum nächsten Abend zu belassen, wäre auch die Möglichkeit, dass man dem Kind immer eine Alternative bietet. Wenn das Kind nicht essen möchte, ist es ja manchmal nicht der mangelnde Hunger, sondern weil dem Kind das angebotene Essen nicht schmeckt. Hier ist zum Beispiel eine Alternative, ein Butterbrot. Möchtest du das nicht essen? Du kannst dich auch für ein Butterbrot entscheiden. Das nimmt manchmal die ganzen auch komplett diese Spitze des Konfliktes. Das ist die natürliche Konsequenz. Die zweite Art von Konsequenz ist die logische Konsequenz. Also die Folgen hier bei dieser logischen Konsequenz werden von den Eltern gesteuert. Sie planen eine negative Konsequenz, die möglichst logisch mit dem begangenen Fehlverhalten in Zusammenhang steht. Zum Beispiel, wenn das Kind die Hauswand mit Kreide bemalt hat, dann ist die logische Konsequenz, dass das Kind diese Hauswand zauber machen muss. Also beim Aufstellen logischer Konsequenzen geht es nicht darum, den Kindern etwas heimzuzahlen, sondern darum, eine Lösung zu finden, die einfach weiterhilft. Und so ist es meine Hausaufgabe für heute. Mach mal eine Liste mit allen frustrierenden Problemen und Situationen, die du zurzeit mit deinen Kindern erlebst. So ganz typische Situationen. Von Fehlverhalten oder Ungehorsam oder ja, was auch immer. Und entscheide dann, wenn du die Liste so durchgehst, bei welchem Punkt eine natürliche Konsequenz ausreicht und bei welchem du eine logische Konsequenz für passend hältst. Und nimm dir vor, bei einer natürlichen Konsequenz künftig den Mund zu halten und nicht mehr zu schimpfen und deinem Kind nicht mehr aus der Patsche helfen zu wollen, sondern den Ding tatsächlich ihren Lauf zu lassen. Und die logischen Konsequenzen besprichst du dann oder besprichst du miteinander mit dem Ehepartner und stellst sie dann dem Kind in der jeweiligen Situation vor. Eine dritte und letzte Konsequenz ist die auferlegte Konsequenz. Zum Beispiel bei Vertrauensmissbrauch hat dein Kind gestohlen oder gelogen oder bei recht auffälligem Verhalten, bei Aggressivität, Geschwisterrivalität, bei Respektlosigkeit, bei Ungehorsam. Hier kommt man nicht allein mit Liebe, mit Verständnis, mit Reden, mit logischen Konsequenzen zum Ziel, sondern hier braucht es angemessene, logische, zeitnahe, tatsächlich durchführbare Konsequenzen. Was meine ich damit? Hausarrest als Strafe für Schulprobleme zum Beispiel, sie sind einfach nicht logisch. Ja, man entzieht dem Kind Auslauf und frische Luft. Kein Fernsehen am Abend für etwas, was am Morgen geschieht, ist auch keine Alternative, ist auch keine gute, auferlegte Konsequenz, weil es nicht zeitnah ist. Mögliche Konsequenzen sind zum Beispiel die ruhige Ecke, drei Minuten auf dem Stuhl im gleichen Raum zu sitzen, ohne Spielzeug, ohne Aufmerksamkeit. Eine abgewandelte ruhige Ecke, ist drei Minuten direkt neben sich sitzen zu lassen oder auf die Treppe setzen zu lassen oder eine mögliche Konsequenz ist der Verzicht auf bestimmte Privilegien. Ja, Süßigkeiten, ja, Fernsehschauen oder eine Auszeit im eigenen Zimmer zu haben, ist eine mögliche Konsequenz. Oder einfach wieder Gutmachung, ja, zum Beispiel kaputt gemachten Lego-Turm wieder aufzubauen, solche Sachen. Soweit dazu, zu den verschiedenen Arten der Konsequenzen und spulen nochmal zurück zu der Hausaufgabe von heute. Bis zum nächsten Teil.